Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Mein Name ist Questmaster Ike und kurz waren die Frames unten. Ich hoffe, das ist nicht die ganze Episode so, sonst könnte ich wieder ausrasten. Auf jeden Fall, wir haben uns hier nochmal zu einem Tor von Rom begeben, um nämlich endlich die letzte Leonados Maschinenmission zu starten. Und zum Ende ist auf jeden Fall etwas sehr cooles freizuschalten, beziehungsweise eine recht coole Mission. Soweit ich weiß, noch recht schwer, aber cool. Also, ich hoffe, ihr könnt euch jetzt schon mal freuen auf Panzerwagen in Montesirceo. Und die Lichteffekte sind sehr cool. Hölle auf Rädern. Leonados Panzerwagen ist ein anspruchsvolles und verheerendes Kriegsgerät, das den Ausgang einer Schlacht verändern kann. Es muss zerstört werden. Gut, im Panzerwagen keinen Schaden nehmen. Das ist extrem schwer für die volle Synchronisation, aber ich hoffe, das packen wir, denn danach schalten... Dammit! Ich habe Ablegen gedrückt. So, habe ich doch am Anfang diese Mission abgebrochen. Und wir sind jetzt hier in... in... wo sind wir denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wow. Ich habe mir eigentlich niemals wirklich die Karten angeguckt, diese Mission. Ich kann mir jetzt denken, wir latschen jetzt bis hier hinter, müssen den Plan zerstören. Dann werden wir direkt hier rüber geportet. Dann müssen wir uns hier durch und hier werden wir dann hierher geportet und müssen uns hier durchschlängeln und diese und diese Dinger zerstören. Egal. Ich darf im Panzerwagen keinen Schaden nehmen, wie vorhin schon erwähnt. Und zur besseren... So, mit dem... mit der Armbrust gehen wir auf jeden Fall den sicheren Weg. Und damit bekomme ich jetzt auch... Oh oh. Ich habe das falsch aufgehoben. Ich will da einen Speer. Nein! Ach, dann kommst du halt jetzt mit erstmal. Da. So. Mach mal so. Und dann nehme ich deinen Speer. Damit kann man nämlich ganz lustiges Zeug machen, wie ich, glaube ich, schon in manchen Folgen gezeigt habe. Sowas zum Beispiel! Da ist mein... Oh oh. Scheiße. Hat er mich jetzt gesehen? Nee. Aber da hinten ist mein Ziel. Da muss ich jetzt so langsam mal hin. Am besten töte ich den jetzt nicht, während der da oben zuguckt. 25 Sekunden sind relativ lang in Let's Play Zeit. Und noch länger in Assassin's Creed. So. Oh oh. Ja, okay, gut. Ich sollte natürlich auch in die Nähe kommen. Gucken wir mal, weil der da oben, der stört wirklich ein bisschen. Ah. Bevor wir desynchronisieren. So. Ab jetzt wäre das, glaube ich, ein bisschen schwieriger, wenn ich mich nicht noch recht entsinne. Okay. Erstmal muss ich weg von denen da. Und muss wieder irgendwo an einen Punkt kommen, wo ich meinen Architekten sehe. Denn sonst bin ich fuck am Arsch. Den Architekten verprügeln. Denn ich hätte ihn eben fast von oben umgebracht. Hey, guess what? I gonna hit you to death. Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens drei Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir. Wir haben drei Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von dem Plänen einer Zelle. Die helfen euch. Hey. Eigentlich hätte ich ihn sollen töten jetzt. Okay. Dann gucken wir mal auf die Karte, wo wir denn hin müssen. Okay. Das ist jetzt nicht so mega weit. Aber das Problem ist immer noch, wenn ich entdeckt werde, bin ich tot. Dementsprechend. Dammit. Wurde ich getötet. Ich hätte ihn sollen markieren. Verdammt. Warum passiert mir das heute die ganze Zeit? Oh. Okay. Auf ein neues. Hm. Oh man. Das geht viel zu schnell. Okay. Das heißt, ich muss dann doch da drüber. Ja, Ezio. Du brauchst mich nicht so dumm anzugucken. Wieso bist du desynchronisiert? Das ist doch voll einfach. Guck mal. Ich habe einen Mega Sword. Verdammt. Das war das Falsche. Okay. Dann Plan B. Und der wäre unge... Nett so. Der wäre ungefähr so. So, jetzt ist immer so die Frage, wenn man hier oben ist. Eigentlich ist diese Munition viel zu wertvoll. Okay. Okay. Jetzt. Wie jetzt? Wie jetzt? Der ist einfach an denen da vorbeigelaufen und hat nix gemacht. Ich hoffe jetzt da oben sind da die Penner, die mich töten wollen. Hey, guck mal. Ein Bild von mir. Ich bin ja wie in One Piece. Wie... 50.000 Florin nur? Oh Mann. Das habe ich ja gerade in der Tasche. So. 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 Da Vinci's Maschine. Folgt uns. Sie halten den Weg geheim. Aber wir haben den Eingang entdeckt. Alles. Und das, was der keine verlassen wird? Ooh, naja. Okay, gut. Hey. Hallo! Auch. Dieser Mann ist tot. Dieser Mann auch. Und er auch. Und er hat es. Ich muss so viele töten! Oh mein Gott, den muss ich dreimal treten und dann kann man einmal so... Tot! Hm, du hast doch öfters so Rauchbomben oder irgendwas dabei. Oh, ganz ehrlich, in Revelations und in... Oh yeah, und ihr seid live dabei. Das nächste Mal in Revelations und Assassin's Creed 3... ...werde ich mir auf jeden Fall Rauchbomben viel, viel früher kaufen. Das ist ja hier in Brotherhood und Assassin's Creed 2, das ist glaube ich extrem untergegangen. Und jetzt kann ich euch auch zeigen, wo wir sind. Jetzt sind wir nämlich im zweiten Teil der Karte. Oh, oh, I died! Oh man, also heute... Heute spiele ich extrem schlecht teilweise. Ja, okay, gut. Die Leute, die mich jetzt hier verfolgen, die sagen natürlich... Äh, du spielst immer schlecht, Quizmaster-Eig. Warum hast du dich überhaupt Master genannt? Na, fuck off. So, once again! So war das eigentlich... Oh mein Gott, was war da? Nix. War das eigentlich geplant? So, und schon sind wir hier im Trockenen. Jetzt die Frage... Was ist der Weg? Da ist ein Schatz. Ich meine, ich brauche keinen, aber ich hätte ihn gerne. Ich meine, das ist nur ein kleines bisschen Geld. Aber immerhin. Templerflaggen sind hier nicht. Die sind im letzten Versteck von Romulus. Das holen wir in der nächsten Episode. Da freue ich mich extrem drauf. Denn es ist wirklich cool inszeniert. Und das muss ich echt sagen. Das ist richtig fett. So richtig hart mit Gewitter und so. Und Sturmregen. Weil... Wetter gibt es hier nicht. Und offensichtlich ging es doch mit dem Wetter. Da mache ich jetzt mal nicht so schnell. Und mache lieber erst mal so. Denn sonst beschweren sich wieder alle. Quizmaster-Eig. Warum? Egal. So. Alter, das waren ein paar Sekunden. Guck mal auf die Uhr. Oh, Uhr gibt es ja noch nicht. Hehe. So. Ich glaube, das war es auch schon. Ich lasse die Brücke herab. Ja, ich lasse die... Lasse die Brücke herab. Ja, ich lasse die Brücke herab. Zum Glück habe ich ultra-mega-Assassin-Skills. Wollt ihr euch danach mal in Brotherhood anschließen? Oder wollt ihr mich auf YouTube abonnieren? Das wäre ziemlich cool. Oh, jetzt muss ich hier echt runterklettern. Das war ein bisschen arg laut. Ich weiß für euch. Ich habe es jetzt schon am Ausschlag gesehen da unten. Aber ich bin da immer sehr... Ihr wisst, äh... Sehr hartgeil bei der Sache. Das waren also die Tunnel. Euerm... Dass er überhaupt weiß, dass... Dass man das Fahren nennt. Wie soll ich denn hier mit keinem Schaden nehmen? Das ist doch unmöglich. Oh Gott. Oh Gott. Ich spiele doch nicht hier World of Tanks. Oh mein fucking Gott. Die, motherfucker. Die. Oh, das war... Das war sehr cool. Hey, was willst du denn? Oh oh. Ah. Damn it, ich will euch überfahren. verdammt ich sollte mal die fässer früher sehen dann kann ich nämlich auch einiges hier cool killen und vielleicht hätte ich es auch dann geschafft zu synchronisieren ihr seid so langsam müssen soldaten hat eigentlich besser trainiert sein den hat den hat richtig hart vernichtet aber ich bin relativ schnell desynchronisiert das heißt ich darf das nochmal spielen ich darf das echt noch mal spielen ist voll fett ja dadurch dass jetzt im moment keine gegner kommen irritiert mich das ein wenig was der fuck is going on ich werde es verschädigt werden kann dann ihr es auch la 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 die motherfucker die motherfucker die motherfucker einer noch der war der war schlecht ist aber gut ich muss alle zerstören ich kann relativ hoch auch schießen naja was macht nichts da unten aber krass leonardo hatte glaube ich wirklich sogar einen panzer entworfen überlegt mal deutschen waren richtig hart gut im panzer entwerfen und so und wären da wirklich dann panzer schon von leonardo damals entdeckt worden auch da ist ja noch einer hey ach gott spätestens hier kann man doch nicht keinen schaden leiden ich weiß ist ja auch voll cool aber ich hätte sollen glaube ich auf die panzer zielen oh mein panzer ist ja echt fast zerstört aber er hat einen schönen design das muss man auf jeden fall lassen jetzt hier läuft einfach weg dreht die tür ein natürlich eine kanone ist immer nach oben ich würde dich gern behalten ja so ein vehikel ist mega fett das war's der letzte panzer der geschichte er wird erst wieder circa 500 jahre ne 400 jahre später entdeckt damit danke erzio du hast mal wieder mal wieder die geschichte 400 jahre in die vergangenheit geworfen ich hasse dich jetzt hier auf jeden fall jetzt haben wir endlich alle maschinen zerstört und können uns dafür ein wichtiges item holen nicht unbedingt mega wichtig aber es geht man braucht es braucht man es niemand braucht es nicht aber für eine tiefen etwas ziemlich gut wenn du das habt mensch könnte es auch mal wieder ins friseur gehen wie du weißt wurden alle meine erfindungen zerstört doch durch diese wirren konnte ich etwas nur für dich herstellen was ist das mit dem gerät kannst du aus jeder höhe sicher landen nicht so unhandlich wie die flugmaschine du kannst es überall hin mitnehmen grazie leonardo okay wir haben die fallschirme freigeschaltet ich würde gern noch irgendwo mit euch testen aber ich glaube das hebe ich mir auf für die nächste episode wir haben den fallschirm endlich freigeschaltet ein extrem cooles item wirklich nicht oft genutzt aber wir wollen es demnächst da hinten nutzen da ganz da oben auf der spitze wo die fahne fliegt da wollen wir hin also bis zum nächsten mal bei assassin's creed mit mir questmaster eike und du stirbst und tschüss verdammt das war nicht so cool wie ich wollte und du gibst das war nicht so cool wie du bist 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 du